so das ist meine bewerbung für den schloss kam ich glaube ich hätte rollen aufgenommen ich habe eben schon mal was gemacht aber er hat aber nicht aufgenommen ob er es hat nicht aufgenommen und ja fangen wir noch mal erst mal machen wir editieren sagt dass hier was aufgebaut ist noch mal so durch da kommen die nineties ich hoffe die bewerbung wird auch gesehen und wenn ihr das gefällt dann schreibt mal einen kommentar oder wenn es gesehen hat schreibt bitte mal einen kommentar das gesehen hast ich hatte noch mal wahrscheinlich eine 20 bombe hoch die habe ich schon aufgenommen hat ihr euch noch nicht hochgeladen herr moine konnte ich nicht sprechen und ja ich weiß noch nicht was ich sonst noch machen kann ob ich hier noch sowas machen soll oder hier noch mal wo ich hier noch so zeitjumps machen soll ah ja 4 layer bei 8 layer bei Ferst ein den sechs layer was das ist ein 8 layer das ist jetzt nur wie ich brauche ich kann uns auch manchmal besser aber naja ich lasse einfach mal hoch ich hoffe hat es gefallen und ja das nächste video auch mal angucken und das andere was ich davor schon gelangen hat wer immer aktion und melde hier in die kommentaren wenn es dir gefallen fällt